Wir sind ready! Heute wieder mal! Bisschen RaylRant und... Spielt dein Sohn Fallorant! Das nennt man Veilo, aber ja. Aber ja, aber ja, aber ja. Und wer noch? Oder was macht ihr? Was spielt ihr? F***! Nein! Damit moin Leute von euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Let's go! Ab in die Gamesticker, ich hab Bock! Runde, Lukas, okay? Ich hoffe mal, ja... AFK ver... Was ist Verwarnung? Ich bin doch wieder reingekommen! Ich weiß gar nicht warum, ich hoffe deutsch, ich hoffe deutsch, ich hoffe deutsch, ich hoffe deutsch... Warum steht bei mir im Spiel bei dir? Und Viper! Hey Leute, wie geht's? Hallo! Ich kann nicht mehr reden! Hallo! Achso, hello! Kack Team! Nein! Bist du Spitz, Alter? Oh no! Gringe! Du heißt Save Jonas, oder? Nee, Spitz ist ein Mädchen! Zehner! Jetzt kommt Isabella! Jetzt kommt Isabella! Nein! Sternenkind! Achso! Er redet ihr? Nein! Can you talk? I want to talk! I want to talk! Oh nein! Einmal mindestens ein akzeptables Gegner, warum sich ich die level der Gegner nicht? Ähm! Hello Team! Hallo! Ist jemand von mich weiblich? Nein! Können wir jetzt einfach Ja schreien! Ja, hat er! Ohhhh! Dich! Nee! Könnt ihr reden? Oder habt ihr keine Lust? Doch, doch! Alles gut! Ja, doch! Nein! Nein! Was hast du getan, Bro? Jetzt hab ich wieder dieses Aufnahmen, weißt du? Oh, sind das beides wieder Mädchen! Ich bin so los! Ja, wir sind beide deutsch! Ja, okay! Nice! Dicke! Scheiße! Spike in B! Nein! Als ob du Hendrik verformt! Guter Versuch, man! Hendrik! Alter, Mann! Wie alt seid ihr? 19, Bro! Ich bin doch 19! Ich bin doch 19! Okay! Scheiße! 10, Bro! Oh! Lade nach! Fuck! Ich hab Pisseround gemacht! Lade nach! Scheiße sie an! Gegner oder? Oh fuck! Das musst du machen! Servus! Keine Sorge! Der Jerobe hat mich eben schon einmal geflasht, Dicke! Schlecht! An hinten, ja! Er fährt sich verarschen! Dann kommt der... Er geht nicht entdeck! Im Angreifer spawn! Die Augen sind scheiße! Warte! Soll ich nochmal wegmachen? Ich will hier eigentlich nicht hingehen, das ist halt das Ding! Ich will hier eigentlich nicht hingehen, das ist halt das Ding! Beide geflasht, beste LD! Oh, Hendrik! Ich bin... Spike im Angreifer spawn! Letzter lebender Verbündeter! Nice try! Dicke! Was ist das? Was kommen denn immer für Geräusche? Ich weiß es auch nicht! Oh! Können wir mal A... Äh, B gehen! Können wir B gehen! Und Verena flasht! Kannst du flasht? Schalte sie ab! Was? Kann ich brutal? Äh, ich mein... Mach! Mach! Verteidige mich einfach mit deinem Leben! Dicke! Alles neu hier! Nice! Dicke! Die Spitz und Dings sind ja besser als wir! Haben sie... Haben sie einen Grund... Gibt's einen Grund warum sie... Ja, streamt ihr! Streamt ihr! Zick! Du? Ja, Streamer! Warte, du wäng mich gerade an! Tief einatmen! Nee, nee! Aber mein... Mein Kollege hier macht das gerade! Wer nimmt auf! Wer nimmt auf! Ist es nicht so wichtig... Ich spreche den Buch weg, W neste! Ich spreche den Buch... Ich bin hier leih! Uh, mein Gott, da ist auch noch... Hey Yuru, kann du kommen, please? 2-Glassiert Da Oh, dicker, der Hurensohn Der war nur dicht gelämmt Nein! Warum geh ich hier? Warum geh ich weg? Aaaaah Nein Ähm, Rayna, kannst du Skin droppen? Oder hast du... Brauche Ausrüstung Lukas, willst du nicht malen? Dein Sal ist schön Kannst du droppen? Alter, der, der Ich brauche euch, danke sehr Hast du gerade gehört, was für'n Spuch ich gedroppt hab? Ja, ich hab's... Digga, 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 ne Wir nehmen einen Knife Makellos Oh! Die war ein Mist Ich hab... Kacke Aus dem Weg Aus dem Weg Was war das? Gib mir aus dem Weg Aus dem Weg Aus dem Weg Gegner bei Wegesichtete Was ist das? Und ich hab's hier Das war's, das war's Nein, 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 nein Nein, 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 nein Hey Sage, kannst du mich heilen? Hast du Clue? Ach, du hast gleich geplantet! Oh, sorry, da mach ich Dings! Ja, ich war irgendwo anders, wirst du da, also... Krieg einfach nicht, ja, genau. Keine Sorge, dein Leben hat mich... Nice, nice Hast du ihr meinen Skin gegeben? Ja, Sofa ist hinter uns, ich hab auch so verheimt, aber Sofa ist hinter uns Ne, pfff Nur ein Geschütz, oh Hast du platziert? Fuck Digga, warum macht ihr immer solche Geräusche, wenn sie stirbt? Hinter uns, hinter uns sind zwei Über dir, nice Gut, gut gemacht Du kannst... Ah, hinten, hinten, ich seh'n Woah, was ein Headshot, Digga Ne, war lucky, Spaß Hier, hier ist jemand gedroppt? Hinter dir? Ja, konnte ich nicht mehr reagieren Du kannst nicht mehr Lade nach Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Ey, die sind alle hinten Weil, da hinten ist Killdrager gestorben und Sky war auch spawned, wenn wir in Atom kommen Also, ich würd besser abhauen Also, ich würd besser abhauen Push nicht, push nicht Ein Gegner übrig Gut Ich kann sie stören Oder? Ja GG Okay Run away, run away, never come back Oh, scheiße, ich schaff's gar nicht, oder? Ne! Ist doch egal WUH! Und er meinte, in der ersten, äh, in der ersten Runde, wenn du, in der ersten zwei Runden darfst du eigentlich nie deine Gadgets kaufen Oh, nein Verteidiger Gewinner! Okay, GG Okay, GG, haut rein, viel Spaß euch noch Viel Spaß euch noch Das kann doch nicht meine Aufnahme jetzt sein Kann Das kann doch nicht meine Aufnahme jetzt sein